Modern Try Geschrieben sowie gelesen von Diego Dingeldein Dieser Titel ist einzig und allein auf Englisch, um als kritische Andeutung auf die in heutiger Zeit immer häufiger aufkommenden Anglizismen zu fungieren. Hashtag smart Hashtag explaining the show grew in it Hashtag dammit Anmerkung des Autors Ich bin sicher, dass die folgenden Informationen dem durchschnittlich allgemein gebildeten Menschen nichts Neues sind. Aber da die gesamte folgende Lesung auf diesem einen dummen Wortspiel beruht, gewähren Sie, liebe Zuhörer, mir bitte diesen kurzen Moment zur Auffrischung Ihrer Geschichtskenntnisse. Moment, warum bitte ich Sie eigentlich darum? Es bleibt Ihnen wohl nichts anderes übrig, als auch bei diesem Teil zuzuhören. Sollten Sie es nicht tun und gleich zu dem Beginn der eigentlichen Geschichte springen, würden Sie diese, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht verstehen und müssten dann zu diesem Punkt hier zurückkehren, um im Nachhinein noch lachen zu können. Hier, ich markiere Ihnen sogar zuvorkommend, wie ich von Natur aus nun mal bin, die beiden Stellen mit einem Timestamp und einem großen X, zu dem Sie springen, bzw. zurückkehren können. Denn beim X liegt bekanntlich der Schatz vergraben. Sollte dies tatsächlich gerade der Fall gewesen sein, lassen Sie mich jetzt darauf hinweisen, habe ich es Ihnen nicht gesagt. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Lange vor dem Beginn der Handlung des Herrn der Ringe, um das Jahr 1500 des Zweiten Zeitalters, schmiedeten die Elbenschmiede von Erygion die Ringe der Macht unter Saurons Anleitung und mit dessen Hilfe, ausgenommen von drei Ringen, die von diesem unberührt blieben. Zu diesem Zweck hatte Sauron seine Gestalt und seinen Namen geändert, um unerkannt zu bleiben und war den Elben deshalb schon seit 300 Jahren nur als Annatar bekannt, was übersetzt so viel wie Herr der Geschenke bedeutet. Nach der Fertigstellung der Ringe fast 100 Jahre später schuf Sauron heimlich im Oro-Truin, dem Schicksalsberg, einen Meisterring, mit dessen Hilfe er die geringeren Ringe und deren Träger zu kontrollieren versuchte. Doch die Täuschung wurde von Kele Primbor entdeckt und ein gewaltiger Krieg brach aus, in dessen Verlauf Sauron Erygion zerstörte und sich alle Elmringe außer den drei mächtigsten aneignen konnte. So, nachdem dies also jetzt erledigt ist, sollten alle Unklarheiten doch beseitigt sein, oder? Perfekt, dann können wir ja jetzt auch endlich mit der eigentlichen Geschichte anfangen. Ein kalt schneidender Windstoß traf Annatar mitten ins Gesicht. Er erschauerte, als Schneeflocken innerhalb seiner Kapuze schnell zu schmelzen und sich die Feuchtigkeit weiter auszubreiten begann. Hier in der beißenden Kälte konnte er nicht einmal seine dicke, rote Winterkleidung mit dem großen Fellbesatz warm halten. Oben auf dem Dach, fernab von irgendeinem Windschutz, treff ihn der Sturm mit der vollen Wucht seines Zorns, dessen Gewalt nicht einmal jemand so mächtiges, wie er etwas entgegenzusetzen hatte. Und das ihm, der einst Krieg und Zerstörung über ganze Länder gebracht, den Untergang von Atlantis bewirkt und gar die Götter selbst bekriegt hatte. Ächstend wuchtete er einen schweren Ledersack aus dem Schlitten und ließ ihn unsanft in den Schnee fallen. Dann schleppte sich Annatar schlecht gelaunt nach vorne zu den Tieren und fütterte sie mit einer Handvoll Nüsse und Körner. Die Geweihe der Rentiere krachten lauschtag aneinander, als sie versuchten, sich gegenseitig von der Nahrung wegzutrinnen. Ihre roten Augen fixierten einander für einen Moment zornig und missgünstig, dann machten sie sich über die karge Mahlzeit her. Es war eine lange Nacht und es würde noch länger dauern, bis sie endlich vorüber war und sich Annatars Pläne in ihrer niederträchtigen Schönheit entfalten konnten. Die Tiere mussten in diesem Wetter bei Kräften bleiben, um ihren Teil beizutragen. Warum hatte man auch das Fest ausgerechnet in eine so lebensfeindliche Jahreszeit liegen müssen? Was war denn gegen einen angenehmen Sommerabend einzuwenden? Sein alter Meister hatte auch ein solch unerklärliches Faible für diese abartige Kälte gehabt. Doch nach dessen Untergang und Verbannung von dieser Welt war es zumindest insofern für Annatar besser geworden, als dass er sich für seinen nächsten Wohnsitz ein schnuckeliges Plätzchen unweit eines angenehmen wärmenden Vulkans hatte aussuchen können. Doch er schweift den Gedanken ab, an diese schönen Zeiten, in denen alles noch so wunderbar einfach und unkompliziert gewesen war. Also zurück an die Arbeit. Annatar bückte sich nach seinem Beutel und schwankte unter dessen Gewicht über das schräge Dach auf den vor ihm aufragenden Schornstein zu. Dort schwang er seine Last von der Schulter und ließ sie den Kamin hinuntersausen. Für den Moment durch die Größe des Schachtes etwas besser gestimmt, machte er sich daran, seinem Hab und Gut zu folgen und hob zuerst ein Bein über die Kante, dann ließ er sich fallen und rutschte bis in das lodernde Kaminfeuer herunter. Das war mit Abstand sein liebster Teil der Prozedur. Annatar erlaubte sich einen Moment der Entspannung, als die Flammen an seinem Körper emporzüngelten, ohne ihm jedoch etwas anhaben zu können, und ihn mit wohliger Wärme umgaben. Seufzend, halb von der tiefen Entspannung und halb vor Enttäuschung, dass er nicht wieder an die Arbeit machen musste, stieg er geduckt aus dem Kamin und zog nun wieder völlig lustlos sein Ledersack hinter sich her auf den bunt geschmückten Tannenbaum zu. Dabei fiel sein Blick auf das hölzerne Abbild von Christus, wie er am Kreuz gestorben war, welches an der Wand hing. Er verstand diese Leute nicht. Sie beteten nicht nur eine Feuterdarstellung an, sondern bezeugten ihre Freude auch noch durch das Töten und Ausstellen eines Baumes. So etwas wäre wohl eher bei ihm zu erwarten, doch selbst Annatar hielt solche Praktiken für geschmacklos. Ein bisschen Quellen und Foltern zum Zeitvertreib, dagegen ließ sich nun wirklich nichts einwenden. Aber er war nie auch nur auf die Idee gekommen, danach sein Werk zu porträtieren und zu verehren. Kopfschüttelnd trat Annatar näher, griff in den Beutel und holte ein Kästchen hervor, das in das abscheulichste und kitschigste Geschenkpapier gewickelt war, das er hatte finden können. Dezent wurde das Paket auf dem schon vorhandenen Geschenkeberg drapiert, dann machte sich Annatar auf demselben Weg, den er gekommen war, wieder aus dem Stau. Schließlich hatte er noch eine Menge identischer Päckchen, die ihren neuen Besitzern zugestellt werden wollten. Kurz darauf war von Annatars Besuch in der kleinen Wohnung keine Spur mehr geblieben, außer dem unscheinbaren Geschenk, von dem die Eltern später überzeugt waren, dass sie es selbst gekauft und dort hingelegt hatten. Als ihr junger Sohn das Auspacken übernahm, entpuppte sich der Inhalt als ein funkelnagelneues Handy der modernsten Art, mit allen möglichen unnützten Apps und Funktionen. Aber das allerbeste daran war, dass es über unbegrenztes und kostenloses Internet verfügte. Die anderen Gaben wurden von ihm genauso wie von allen anderen Kindern, denen Annatar in dieser Nacht einen Besuch abgestattet hatte, kaum beachtet. Und die Beschenkten lösten sich nur widerwillig und immer schwerer, desto länger sie es schon in der Hand hielten, von dem Gerät, so dass die Eltern schon bald die Entscheidung des Kaufes bereuten, von der sie fälschlicherweise dachten, sie getroffen zu haben. Unterdessen saß Annatar zufrieden in seinem abgedunkelten Raum, dessen Heizung er auf das Maximum aufgetritt hatte, so dass eine erdrückende, ja fast vulkanische Hitze herrschte, und arbeitete weiter an einem feinmaschigen Netz, das unheilvoll silbrig in der Düsterne schimmerte und schon bald die ganze Welt umspannen sollte, bereit, jeden Handyträger in sich einzufangen und nie wieder entkommen zu lassen. Und dieses Mal würde ihm keiner Widerstand leisten können.